das ist ein Kölk ist so beendet Tungs noch Prozent nicht du nicht du nicht du bist nie behindert für die Sohn Kuchen lustig wir brauchen so als wir nicht das machen der Kuchen ist lustig Hä? Ja. Ah! Boah, immer 21 Scharen! Liebe ist extrem! Dann gehe ich da unten überleg nicht hin. Und glaube ich, dass meine... ...eine Energy immer noch so lange hält. Hä? Ich hab Flare Gun! Das ist geil! Du brauchst nie wieder, äh... ...die Dingensen! Nie wieder! Wenn du Flare skupst! Da hab ich sie wahrscheinlich, ja! Nix weg damit, das... Ich brauch deinen Regenschirm nicht mehr! Schon ein bisschen weg! Ja, ihr verkauft meinen... ...man braucht ihn einfach nicht! Ja! Da wartet lieber auf Tuf Eisen oder so! Tuf Eisen? Ja, auf keinen Fall schon! Tuf Eisen ist wie gesagt! Kann mich nicht! Doch, oder? Ja, da kann man von Tuf gucken! Tuf? Ja, Bruder von Tief! Nein! Ahahaha! Oh! Prinzessin! Biene! Naja! Aber die Prinzessin schwadert jetzt auch nicht! Sch 추ck mich auch nicht! Bei mir Honig! Binis? Zeig mir deinen Stich Dann machen wir Bienenstich Stich mich Weg an meine Bart Das war so ein Reim Ah, ich krieg Schaden Aua Ich bin noch nie gestorben Hey Nie Das Wort kennst du auch Ich hab noch nie gelebt Oh, langsam geht mir echt das Holz aus Du hast doch mal dieses Erz gefunden, was so übel leuchtet Das hast du auch gefunden Zwei Ich hab drei von Wir können einen Waren machen Wir können schon Ne, mit vier kann man einen machen Ja Ich muss das erst kriegen Ich mach das jetzt am besten Ne, mit tief Wird nie alt Ne, der wird nicht alt Ich kann sie abbauen Ist wie mit Forz Und stark Ey, wir sind Brüder Starker Forz Und hier hat Spiel noch Spaß gemacht Das stimmt Stark war Wizardry Stark war Wizardry Ja, ich glaub schon Ja, ich glaub schon Forz war übel C9 Nein Äh? Äh, diese Da, sich ein Stein Weikfiecher, ja Den, ja, nicht klar Ach, hier, dich jetzt am liebsten nochmal Seile Übelst 100 oder so Ja, ich sei, das ist ein übelst hilfreich Ja, ich weiß jetzt, jetzt verstehe ich auch, warum immer so viele in so'n Ding genommen sind Ja, weil einer definitiv nicht reicht Und ich werd draufgehen, wenn ich da drauf trete Wenn ich aber hier aufmache, dann rollt er zu mir Da muss ich also von oben kommen Ich werd nämlich nur eine Sache kriegen Ach, verpiss dich, du scheißding Ah, ich hab's genau getroffen, obwohl ich die Dinge nicht treffen würde Äh Jetzt nick ich mich da rein Ah, ich will auf Wehe sprungen Ich wollt mit Wehe springen Das war mein Fehler Und deswegen bin ich hier runtergestürzt, scheiß Ah, 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 raus bitte Guten Abend Äh, guten Abend Hat der echt? Guten Abend, dieser? Ja Guten Abend Äh, nee Der Wisss-Gelb ist aber immer noch geil Äh, ich liebe sie Äh Äh Das war ein Fehler Hey Oh, ist ja nur ein Piranha Ich spring mal ins Wasser Zehn Piranhas Äh Ich muss gleich nach oben kommen, weil ich kein Holz mehr hab Südschlicht Stimmt, den Schalter darf ich nicht vergessen So Ah gut, der kommt nicht mehr runtergerollt Nee, wieder Oh, Moment mal Ach stimmt, der wird in der Linksabgebung Okay, ich würd schon sagen, die Maschinengebiet, da bin ich eigentlich noch nicht durch Ist das dein Ernst? Ich hab nochmal so ein Diese Dämonit Oh, ich weiß nicht mehr, wie das heißt Das neue Immer mit M Nichts mit M Das war Meteorit Hm, nee, nee, nee Hm, nee, nee, nee Hm, nee, nee, nee Sobald ihr die Steine auch so durch ihr süft Wie? Wie fühlt's hässlich aus? Mit so'n roten Scheiß drum Nein, das ist wahrscheinlich der Schneebonus Ich hab grüne Farbe von Das ist schlecht Haben wir das schon? Ja Oh, scheiße Der will zählt Was denn das Schöpfchen Schein hier? Herz Da muss ich eigentlich Ich bring übelst den kompletten Dschungel mit Ich muss mal auf die Karte gucken, Alter Wie weit bin ich unten? Mitte Nein, ich bin in deiner Hülse Ich hab auch ne Flair gerne Die ist zwar nicht stark, aber die beleuchtet halt Ja Und da rechts seh ich nochmal dieses Ohr Ach das Ah, wenn ich das sehe Dann wird es auch auf der Karte markiert Auf dem Aar Ich weiß nicht, ob ich das holen soll Weil es jetzt eigentlich, glaube ich, nicht lohnt Ich hole mir die Dschungel Ja, das lohnt sich immer Naja, eigentlich nicht Dann machen die Bosse wieder mehr eigentlich Ah, jetzt ist man dabei Ich kann dieses rotglühende Erz nicht abholen Rot-grüne? Rot-glühende Ah, du hast keine Goldhacken, aber Ah, weiß nicht, stimmt Obwohl wir eigentlich genug Gold in der Kiste haben Nee, hat man nicht Du hast alle das verbraucht Du hast alle das verbraucht Wir werden Mh Hm Doch Stimmt, da hätte man die komplette Goldrostung genommen Trotzdem ist das übrig, aber die mal übelst viel Nee Doch Aua, den Treppen auch immer die Alter Ach, das ist für ein Mayer, uaah Was für ein Glück gehabt Ist gestorben Noch ein Herzkristall So, wie heißen die jetzt? Snow, ne, merk immer Flings Snowflings, die sind übel scheiße Die dürfen nicht deine Freunde werden Übel stark Ich hab das erst abgebaut Komm doch runter hier Ah, kommst du nicht durch, was? Ist egal, wie stark deine Waffe ist Die haben unendlich Notback, bis sie wieder aufkommt Die haben nämlich so ne komische Physik Also gar keiner Das würd ich nicht damit sagen Ja Das würd ich nicht gleich beleidigen Meine Hände sind arschkalt Meine auch Wie ich das scheiß Ohr da oben hab Mein Ohr Da und da ist nichts mehr Oh, was ist das? Skeleton! 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 Der erste, den ich gesehen hab Ja, wenn ganz viele kommen, dann bist du irgendwie jetzt am Arsch Ja, einer ist wirklich so, oh, so ein Ach, brauchst du ja nie an die Angreifen, weil er nicht schnell noch ist, um zu dir zu kommen Hä, da wandert Komm ich hoch Da ist ne Goldkiste Ich hab keine Fackeln mehr Das ist schlecht Ich hab kein Holz mehr Mein Inventar ist voll Scheiße Ich bring auch ne Fackel mit Und die hier Und die hier Und vielleicht die da Und vielleicht die da Dass ich heute sie gefunden hab Hm Was ist denn das? Was? Leck, Beatles Wie kommt Beatles? Oha, wenn die sterben Kratzen Und trinken Und trinken Erstmal immer die ersten Vorgehen und dann Gummibärchen nehmen Weiterspielen Sprengen Links Sprengen Sprengen Töten Brauchen wir ne Piranha Statue? Ah Äh, haben wir glaub ich schon Will? Ne, ich nehm die einfach mit Ich hab nur keinen Platz mehr Hab so noch ein, äh Scheiße gefunden Das ist das Ding Spiegel Das Ding hat sie ja verkaufen von Gold oder so Ne, oder du machst ihnen die Truhe, falls wir verrecken Das ist mir irgendwie lieber Ich komm glaub ich nach Hause Du? Mhm Weil Eigentlich kein Inventar mehr haben Ne, Inventar hab ich noch einen Slot Aber Ich hab einfach keine Vergangen mehr Ich geh da jetzt raus Ich geh da jetzt runter Es ist egal was passiert Hä Hä, ich wies glaub ich was du meinst mit dem fixlich Auf der Karte Ach, das ist eklig Wie zu ne Ecke Ne, das war bei mir schlimmer Obwohl ich das noch nie mal sehe Ah, trotzdem Grafikfehler Äh, irgendwie ein Anzeigefehler Ich geh hier runter Eine Fackel von platzieren von denen ich endlich gar keine mehr hab Oh Wir haben, äh, Nature's Gift gefunden Nature's Gift Nature's Gift Nature's Prophet Das ist ja auch wieder keine Fackel Ich komm einfach wieder zurück Ich würde auch gern zurückkommen Wenn's hier wenigstens mal ne Wand oder so geben würde Ich bin irgendwie so ein Skill-Shotter Oh, nen Haken Das brauch ich auch Jetzt hab ich wenigstens erhofft, dass ich da unten ein geiles finde Eine Fackel Ich kann sogar die Karte aufdecken, indem ich da hinschieße Mit der Flair Das ist schlecht Mit der Flair Hey, seh ich grad hier oben auf der Karte Äh Ich hab sogar gleich das Problem, dass ich nicht mehr irgendwo hochkomme Hä Hä, wie machst du denn, Andy, wenn du keine Spitzhacken mitnimmst? Äh, um kurz aufzubauen Hast du aber ohne Sturm hochbauen, bist ein Loch hier fallen Und spielts alleine Und kannst dich nicht umbringen Hä Hup, hu Hör dir fast ein Sturm durch falsch an Dank meiner Reflex bin ich zuhause Ach stimmt Ich brauche ja nicht zum Weg zurück Ich bin zuhause Oh, mein letzter Inventarsfall Guten Abend Hallo Oh, du bist fast Ah, hast du nicht, wa? Was? Äh, äh, warte Hm, so Ja, toll Das ist, ach, das war schlecht Du bist Haddeus links Ah, weißt du, was? Wir brauchen Holz, um das Haus zu erweitern Warte Es kommt immer gleich her Ne, lass halt mal da Achso, ich weiß, was wir machen jetzt Ah, ist nicht mehr drin Also Äh Da Wo soll ein anderes Bild hin? Das hast du Ich hab das Äh, erstmal sagen, dass du etwas hast Oh, du hast es wieder? Ah, okay Und wir wollen gerade hier draus machen Achso, hier Und das? Ich sehe durch den Namen nicht Nennt sich Honig Also Nicht, dass die Bienen Bienen so ankommen Und die Graben kann man nicht Achso, außerdem Hier Äh Ich weiß nicht, ob wir die hier machen, aber Oh, was ist nicht Ah, die Eisküsten Ja, die Eisküsten und so Crafting Extraktor Ne, den, ah, den zeige ich gleich, oder? Hermes Boots Ah, die Spectro Boots Jetzt ohne Mist, ja, was kann ich mit Topaz machen? Ein Topaz-Stab? Ich brauch ne Mana-Potion, dann kann ich mir wirklich diese Mana-Flower machen Ah, okay Die Automatisch-Potion sind, wenn man, äh, auch Ach, die? Oh, Topaz-Stuff Das ist aber echt schon kacke Haha O